Wenn das nicht klappt, dann ähm... Okay. Einen Emerald haben wir schon mal. Jetzt haben wir vier. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es hat nicht lange gedauert. Ich muss mich nicht ablenken lassen. Und zwar ablenken lassen durch Sims 2. Ich habe hier nämlich die Verpackung neben mir liegen. Und, aber ich würde sagen, bevor ich Sims 2 spiele, werden wahrscheinlich noch irgendwelche Let's Test Videos kommen. Da werden dann irgendwelche Let's Test Videos kommen. Wie zum Beispiel damals dieses Sonic Advance Remake, Remix. Also da, ja, wo das eine nicht ging, die eine Zone, die Eiswelt, die ging gar nicht. Okay. Aber keine Sorge, Mario kommt natürlich auch noch. Ich habe letztens so ein Mario GTA gefunden. Wenn ich das wieder finde, dann kann ich es ja zocken. Ja, das wäre halt ein schönes Let's Play dann. Äh, Let's Play. Aber das Mario GTA, das Mario GTA war schon cool. Das möchte ich euch heute mal zeigen, weil... Das Spiel hat Aufreden. Es war cool. Zum Beispiel ist Mario einfach so stark in dem Spiel, er kann Autos wegtreten. Oder er ist so schnell wie Sonic mit der Wände hochlaufen. Also Mario kann in den Spionat Wände hochlaufen. Ja, das zeige ich euch dann, wenn es wieder springt. Ah ja, ja. Ich weiß immer noch nicht, welches Mario spiele ich. Das ist der Hüpfende Eggman, den ich mal für ein Thumbnail benutzt habe. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn wir das nächste Let's Play beginnen. Und auch so. Ja. Tschüss.